Ich bin Silke Gimler und arbeite hier als Sozialpädagogin im Gertrud-Völker-Haus. Wir sind hier eine Mutter-Kind-Kur-Klinik, wo sich die Frauen und Kinder drei Wochen lang erholen können. Also das Schönste für mich ist tatsächlich, wenn ich mitbekomme, wie die Frauen nach drei Wochen sich hier aufgetankt haben, wie die sich erholt haben. Das ist wirklich ein Gewinn. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern, die einen Megalos haben, viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 4-2, 1.000 Euro fallen auf die 0788, 10.000 Euro auf die 36574, 100.000 Euro auf die 119318 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 5148476. Übrigens, ein Los der Fernsehlotterie ist eine tolle Geschenk-Idee. Und jetzt wünsche ich Ihnen schöne Pfingsten. Musik